Du wusstest, die Mine ist unsicher. Schnell raus hier! Ich darf nicht sein! Raus! Du hast unsere Jungs verraten, für ein paar lumpige Dollar. Sie brauchen keine Sprüche, Tony. Sie brauchen wieder eine echte Gewerkschaft. Charles Bronson ist Jock Jablonski. Von heute an und solange ich lebe, ist Jock Jablonski ein Hammer. Wenn er gewinnt, dann gehen einige von uns ins Gefängnis. Ein Mann im Kampf gegen die Korruption. Local 323 Jedes Mal, bevor du den Wagen anlässt, musst du nachsehen, ob keine Bombe unter der Motorhaube ist. Jeder Fremde, der deinen Weg kreuzt, kann ein gedungener Mörder sein. Er entschloss sich, die mächtigste, korrupteste und gewalttätigste Organisation Amerikas herauszufordern. Ihre Antwort, nackte Gewalt. Local 323 Es ist beschlossen worden, jemanden umzubringen. Kannst du das für Daddy tun? Es ist egal wie. Und wenn die ganze Familie dabei drauf geht, leg ihn nur um. Charles Bronson Ich weiß, wie dieses Spiel gespielt wird. Alan Burstyn Tony kann dir nichts tun, wenn das ganze Land dabei zusieht. Und Wilfred Brimley als Tony Boyle Ich kann dich jederzeit rausschmeißen, Jock, vergiss das nicht. Und es kostet mich nicht mehr als ein Fingerschnippen, verstehst du? Also, schnipp und du liegst in der Gosse. Nur zu, Tony, schnippe. Der andere Bronson, seine Art von Mut ist tödlich. Local 323 Eine wahre Geschichte Jock, wenn du Andy zum Geht. Ich. certainly